Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Rocket League. Ich suche mal wieder ein neues Match in der Kategorie Doppel-Ranked, ja, mit einem Random und Random-Gott, sei mir gnädig! Gib mir einen guten Random, so wie letztes Spiel, ja? Das war Taco. Und ich hoffe, ich kriege heute wieder einen schönen Random hier. Komm, komm, einen richtig, richtig geilen, eine richtig geile Random-Sau will ich. Muss so sein, also krass. Ja, komm, hau rein. Ich grüße mal wieder höflichst und sage ihm, er soll schießen. MK-Ultra heißt er, okay. Er weiß zumindest, worauf es ankommt und ist kommunikativ. Na, das war knapp, aber dadurch? Na, schade, hätte ich vielleicht noch verwerten können. Ja, ist doch kein Ding. Mach ich halt einen. N.P. Boah, war der abgezockte Schuss, ey. Guck mal, ihn weggeballert und dann... Ich weiß gar nicht, warum der Vordere von den beiden Roten gerade nach links gefahren ist, der den haben können. Und er schreibt gerade, äh, 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 he's been playing lame recently. Ja, das hört jetzt auf mit mir, ja? Okay. Das war schon relativ lame, aber... Oh, das war auch lame. Boah, hui. Der war gut gehalten. Oh, und das wäre so ein Assi-Ball hier. Boah, hat er doch gut gemacht. Alles klar, der spielt doch gar nicht lame. Scheiße, hat er doch noch weggekriegt hier. So, noch einfach verlängert, damit sie ihn da unten nicht nehmen können. Weil die stellen sich ja natürlich auf eine gewisse Höhe vom Ball ein. Ne, und wenn er dann halt kurz vorher geändert wird, dann kommt er halt nicht so, ne? Nein, zu hoch. Scheiße. Komm, MK-Ultra, komm. Ach. So, hier, komm. Den Roten noch weggeknallt. So, den hat er nicht. Ah, doch, krass. Er ist genau richtig stehen geblieben. Das muss man auch erstmal machen, ey. Okay. So, schön hier in die Mitte. Yes! Ja, was für ein scheiß Lacktor, aber egal. Achtet jetzt drauf, weil er ist... Ich hab den nochmal getroffen, und dann hat der Rote nochmal getroffen, und dann ich nochmal. Zack, zack, zack. Ah, ne, doch nicht. Lol, ich hab durch die durchgeschossen. Ja! Das ist doch fein. Okay. So, 2-0 ist ein komfortables Polster, aber bei 3 Minuten 30 Restzeit jetzt doch nicht so krass viel. Nein! Oh, war das knapp. Wo ist mein anderer Blauer? Ach, da. Okay, den blockt er zu... Oh, nice. Ah, kam ich noch nicht schnell genug hin hier. Oh, 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 oh. Oh, schön geblockt. Yes! Nächste Tor, Hattrick. Oh! Oh, 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 oh. Ich, also... GGBP. Losing streak over. schreibe ich immer aber wieder keinen up rank bekommen ja krass war ein kurzes spiel hänge ich doch mal direkt noch eins dran und fordere mal das glück heraus und jetzt krieg ich wahrscheinlich volle kanne auf die fresse so krass die war hatten aber auch ein gold ein silber elite dabei müssen wir eigentlich auch so machen still not good though ist doch egal na don't think so man muss einfach ein bisschen aufbauen weil das high rank ja keine ahnung warum du dich jetzt rechtfertigen muss hatte verloren hast du lappen ok hi ho glhf ich begrüße alle wieder freundlich deswegen habe ich den hokano at 24 fps das macht mir schon mal extrem wenig zuversicht wenn er so ein kack rechner bei dem game 24 fps ihr seht es oben links ich habe hier so 170 200 manchmal so einfach mal hoch so bei diesen für die waren sie nicht schwer zu nehmen kommen da machen wir doch ach schade mach den ah ja war ein bisschen sehr steil für ihn da kann man ihm keinen vorwurf machen so erstmal ab nach hinten ich brauche hier nitro alter so schön nach vorne geknallt hier das ding man ist natürlich die weisse genauso die zeit die er braucht um bis hier hinzukommen der ist ist klar immer dann kann man sich auch mal aufregen drüber ja so kriegt er zurück hier eure scheiße der war doch nah zu steil jawoll der hat den voll verkackt für ihn aber die beiden sind premade erkennt man an den figuren die an dem namen sind und ich stehe genau richtig hier in meinem in meinem scoreboard hat er den echt so weg damit schön in die mitte nice nice war aber auch ein geiler pass muss man jetzt sagen der war der war schön hat aber geil gemacht auch bämm fast selber zack und dann haut der hoca braucht der hoca nur den nur noch ein nicken der hammer so schießt du danke ich habe immer angst wenn ich das nicht nicht poste oben quasi dass sie dann nicht fahren habe ich immer so ein bisschen er hat ihn und ich knall den einfach rein bämm thanks wuhu ok jeder ein törchen von uns das ist doch schon mal schön 2-0 bei dem polster von drei minuten naja gucken wir mal ne äh ich schieße hoffentlich hat er nichts dagegen so ok äh er schießt weil wenn beide fahren kann nämlich leicht das passieren wenn der beide jetzt schneller gewesen wäre hätten wir den vielleicht schon gekriegt oah huppala nein my bad aber egal schreibe ich jetzt nicht er hat ihn auch nicht getroffen ich schreibe einfach mal sorry tja aber er hat ihn genau in der gleichen position auch nicht getroffen von daher yolo aber machen wir schon wir machen das schon ok hau rein er muss schießen stan plays with power glove ist klar der power glove früher vom nes mein gott scheiße ey sorry sorry ja nice one ey ah ja da stand er genau richtig der kam genau richtig hin ich musste wenden weil ich ein Stück vor gefahren bin und dann war scheiße seht ihr so schnell kann ich das spiel wenden in 20 minuten ich fahr mal nach vorne certainly ah nitro nicht bekommen ja dafür passt der doch hier jetzt na nicht ganz na oh oh mein gott ich krieg hier nen herzklabaster ey war aber auch krass ja da stand er jetzt halt einfach auch scheiße und er hat ihn verkackt nice da kam aber schön im fluss angeflogen weil ich weiß nicht ob ich den gemacht hätte danach so okay here we go zwischendurch mal die scoreboards checken so ich brauche nitro oh oh ich glaube er spielt jetzt drüber aber ich bin da ich bin da okay kann er ihn jetzt holen los hol ihn bitte bitte triff ihn nice wow so ein krasses ding hingehalten hier fickt euch fickt euch haha ja komm den haben wir uns aber oh ne der geht nicht rein ich wollte gerade sagen den haben wir uns aber auch verdient für den catch ey so ein karma tor okay gut er war in der besseren posi dafür ich fahre mal nach hinten falls der ball jetzt so brutal nach hinten kommt na was ist los yes und der ist drin wuhu da war doch mein karma tor für den für den guten catch gerade im tor nice wuhu läuft echt gut so was haben wir denn hier 830 jetzt schon okay er soll schießen dann machen wir das auch hier aber habt ihr ja vorhin gesehen dann können wir ja wieder in 20 ingamesekunden zwei tore kriegen so richtig kacke ne aber nicht nicht mit mir jetzt ich baller den einfach hier rüber ah guck mal da kommt er doch rechts oder hä wieso kommt er denn da nicht boah war aber knapp genug so so den hat er wenn er die jetzt rein nickt jawoll nice schön reingemacht ich hab noch spielmacher gekriegt und jetzt geben sie auf wie geil bitte yes so nice game bro aber auch wieder kein upbrain krass was waren die denn ja gold 1 und gold 2 aber gut ich würde mal sagen ich verabschiede mich aus diesen beiden awesome runden und wir sehen uns bei den nächsten wieder haut rein ciao 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 Vielen Dank.